Hallihallo und willkommen zurück zu Dead Rising 3. Wir machen jetzt, wie in der letzten Folge gesagt, mit der Hauptquest weiter. Und zwar Finde Diego beim Museum. Das machen wir jetzt. Ist gar nicht so weit weg von hier. Wir nehmen uns trotzdem das Auto. So. Sag mal. Man sagt sowas nicht. Ah, wir müssen da rein. Okay. Okay. Na, komm hoch hier. Oh Mist. Genau. Rein da. Oh, ein Bauplan. Genau. Was war denn das für ein Bauplan? Schlechter. Wir brauchen eine Machete und ein Katana-Schwert. Okay. Hallo. Geht mir nicht auf die Nerven. So. Katana-Schwert und Machete. Und Na, kombinieren. Yay. Mal ausprobieren. Oh, cool. Aha. Nicht schlecht. So. Diego. Okay. Okay. Müssen wir erstmal aufräumen hier. Oder wie sehe ich das? Wie es aussieht? Ja. Suche Diego. Okay. Die schnetzeln uns hier mal durch. So. Oh, da ist noch ein Bauplan. Okay. Ich wollte den Bauplan. Dankeschön. Axtwerfer. Feuerwehr-Axt und eine Harpunenkanone. Harpunenkanone. Und wo ist die Feuerwehr-Axt? Da. Und kombinieren. Oh, yeah. Oh, yeah. Diego? Was? Komm ich nicht hoch. Warte, 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 warte. Ich muss eben ein bisschen aufräumen hier. Wups, Salah. So, du noch. Und du noch. Und du noch. Und du noch. Oder auch nicht. Was war da eben? Über eine halbe Million Amerikaner verstärkt durchkriegt. Viel ist nicht bewusst, dass diese Zahl die Opfer des Tablet-Kriegs in der Shenzhen-Provinz bei weitem übersteigt. Abgesehen von den Unruhen, die nach der Auflösung des obersten Gerichts stattfanden. Was? Und nun? Ich weiß ja, wo Diego ist, aber wie komme ich denn da hoch? Äh, okay. Ey. So, hier ist noch irgendwo ein Bauplan. Aber wie komme ich da denn hoch? Sag mal. Oh, nein. Nicht mein gutes Schwert weg. Mann. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Hallo. Muss ich hier hoch irgendwo? Komm schon, Mann. Komm raus. Autsch. Die größte bekannte Dinosaurier-Arts wurde im Jahr 2008 Autsch. Oh. Okay. Auf jeden Fall ist es hier irgendwelche Museumslaberei. Ich glaube, es ist nicht weiter interessant. Aber wo steckt Diego jetzt? Kann mir das jemand verraten? Aha. Untersuche die Anlage. Hä? Diego! Hör zu, bitte. Wir müssen hier raus. Wir haben keine Zeit für sowas. Unbekannte Lebensformen voraus. Keine Kohlenstoffspuren. Geht bald ne Bombe hoch. Wir müssen hier weg. Verstanden. Lebensformen werden liquidiert und organische Überreste zur Analyse zum Schiff gebracht. Nein. Diego! Nein! Nein! Zeichen nehmen ab. Verdammt, Erde an Diego! Der hat ein bisschen bescheuert. Kann das sein? Wo bist du? Ach, da bist du. Hallo! Beruhig dich, dann ist's Schluss! Ähm. Na, verdammt! Okay. Ja, der hat ein bisschen Gagga im Kopf. Kann das sein? Ist meine Waffe kaputt? Ey. Wir sind nicht im All! Ne. Wir brauchen ganz dringend was zu essen. Irgendwie. Aua. 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 Da ist was zu essen. Okay. Oh, Mann! Ja, okay. Wo steckst du? Ach, da. Okay. Oh, kaputt. Aua. Dafür wirst du bezahlen. Ach, Mensch. Ich höre mal auf mit dem Scheiß. Mann, ey. So. Oh, Mann! Na? Go! Oh, Freundchen. God. Unerwarteter Widerstand. Ich will dir nicht wehtun. Ah! Oh. Oh, du nervst. Der nervt voll. Aua. Mann, ey. Oh, Gott, ey. So, mal eben wieder Leben auffüllen. Hä? Ist das ja ganz aggro oder was? Was macht er denn jetzt? Oh. Oh. Oh, Mann, ey. Kommst du da mal runter, du Arsch? Oh, jetzt nerven auch noch die Zombies, ey. Ich kriege einen zu viel. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, wir sterben. Ja. Spiel vorbei. Wir sind gestorben. Oh, Mann. Okay. Nochmal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sehr nervig. Nervig. So. Glatt bitte schneller. Wir haben doch keine Zeit. Hallo? Besiege Diego. Ja, würde ich gerne, wenn das Spiel mal laden würde. Oh, Mann. Diego. Können wir uns überspringen, bitte? Nö. Oh, Gott. Du musst doch... Doch, können wir. Das Ding ist jetzt im Arsch, auf Deutsch gesagt. Aua. Aua. So. Wir nehmen... Das Sturmgewehr auch nochmal mit. Aua. So, mein Freund. Aua. Aua. Du nervst. Verdammt. So. Wenn du rund, du. Aua. Aua. Schluss damit. Ja, unkontrollierte Beschleunigung So, mein Freund Nochmal Autsch Okay, wir brauchen eine neue Schusswaffe Wir nehmen die Schrofflinde, genau Aua Oh, oh Das war schlecht, okay Ich hab's verstanden Ja So, die Schrofflinde, da ist sie Unter den Quatsch da wieder Au Au Nun ist aber gut hier Alter Komm da runter, du Feigling Unerwarteter Widerstand Scheiß Timing Jetzt ist es auch schon wieder kaputt So Bleib liegen, bleib liegen So Jetzt ist aber genug Diego 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 Pachamama Tut mir leid, dass ich das tun musste, bitte Steh auf Oh Mann, Nick Was hast du da gerade gesagt? Pachamama? Pachamama Meine Mutter hat das immer zu mir gesagt Das Einzige, was sie noch von meiner Kindheit weiß Ich hab das schon mal gehört Nick Ich muss dir was zeigen Komm her Komm schon Ich hab hier drin was gesehen, das mir Angst macht Wirklich eine Scheißangst Komm Den Kerl kenn ich doch Kalito Keyes? Ja Das war der Verursacher vom Ausbruch 2006 in Villamette Seine Schwester Isabella halb ihm Sie holten den Parasit aus Zentralamerika Was ist mit ihm passiert? Hä? Er ist totschätzig Und sie ist danach verschwunden Dabei sollten sie diesen Scheiß nach Fortune City doch unter Kontrolle haben Ich dachte mit den Zomrack-Chips tanzt keiner mehr auf der Reihe Sieh mal hier Hä? Siehst du das? Das macht meine Scheißangst, Mann Dieser Zombie soll den Smithville-Ausbruch im Jahr 2007 begonnen haben Das war der erste Ausbruch nach Villamette Seh dir seinen Hals an Nein, 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 Scheiße, Mann Was bedeutet das? Ich weiß es nicht So ein Mist Shit Okay Wir müssen uns erst auf die lösbaren Probleme konzentrieren, ja? Wir hauen ab und finden dann raus, was vor sich geht Du hast den Schlüssel, richtig? Scheiße Diese Gangtypen haben mich ausgeraubt Ich war so fertig Sie haben den Flugzeugschlüssel Nick, holen wir ihn zurück Was gibt's, Mann? Nichts, Mann, nichts Alles gut Suchen wir die Schlüssel, jetzt Okay, finde die Gangmitglieder Oh, da ist eine Statue Her damit Dankeschön Und hier ist noch irgendwo ein Bauplan Ruhe Tut mir leid Ja, sorry Ist es Woher weißt du, wo sie hingegangen sind? Sie meinten, sie wollten zu den Villen, Mann Wo die reichen Leute wohnen Was haben wir da? Na? Kannst du mal die andere auswählen? Hä? Herr Flucht Echt Scheiße, Mann Ja, finde ich auch Okay, hier ist noch was zu essen und so weiter Dann schmeißen wir das gammelige Zeug mal weg Okay, und da ist der Bauplan Sehr schön Neuer Bauplan Bruststrahl Bruststrahl Wo ist er? Da Mikrowelle und Motorradmotor Okay Mikrowelle Motorradmotor Kombinieren Abgefahren Oh, ja Das will ich auch können Okay Ja Ist bestimmt Effektiv So Oh, ein eingehender Einruf Einruf, genau Anruf wollte ich sagen Hallo? Hallo? Er nimmt den Anruf nicht an Egal was ich drücke Nö, macht er nicht Okay Daneben nicht Moment Optionen Tastaturbelegung Basissteuerung Kampf Fahrzeug Verschiedenes Äh, hier nicht Hm Keine Ahnung Also, ich drücke gerade Z Wie ein Blödmann Aber Es passiert nichts Gut Ich wollte dich nicht verletzen Mann Als wir klein waren Hast du mich immer beschützt Und so revanchiere ich mich? Diego, du warst nicht du selbst Ich verstehe das, echt Diese Situation bringt nicht gerade das Beste im Menschen hervor Düt, düt, düt So, nein Ich habe jetzt keine Zeit Wir müssen jetzt die Hauptmissung weitermachen Was da denn noch? Runter mit diesen Dingern Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da hin Äh Also müssen wir von hier laufen, richtig? Ach, das ist doch blöd Ich will nicht laufen Was ist hier passiert? Nicht so viel Lärm machen Kommst du? Düt, 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 düt Keine Zombies Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache Natürlich sind hier Zombies Was ist hier passiert? Sie sind alle tot Düt, 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 düt Düt, 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 düt Na gut, ein paar liegen auf dem Boden Aber Neue Nebemission Testament Oder nicht Was? Oh, ich habe das mit Eis, Junge Oh Was ist hier los? Oh Oh Hallo Wir siegen die Gangmitglieder Okay Aua Hilfe Hilfe Flugzeugschlüssel Bring Diego zum Flugzeug Ja Ja Oh Brenne Upsala Upsi Daisy Wieso? Wir brauchen ein Auto Oder ein Motorrad Aber ich brenne schon wieder Da vorne ist doch ein Motorrad Und ein Bauplan Fahrzeugbauplan Mini-Motorrad Schrottwagen Mini-Motorrad Motorrad Und Sportmotorrad Das klingt einfach Und bauen Okay Ähm Ja So, wir gehen mal eben kurz auf die Karte Oder ganz unten Okay Nö Nö Du Scheiße Der kleine Reifenwind Kommen wir hier irgendwie Was ist, wenn ich hier unten lang fahre? Oh, der hat sogar Schubkraft Okay Wow Okay Wir schaffen das schon Siehste Kommen wir wieder raus Keine Ahnung, ob das geholfen hat Aber Wir haben uns durchgequetscht, ne? Wow Wow Sind wir abgestürzt? Ja Sind wir Verdammt Äh Äh Oh, das Motorrad 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 Alter Weck Weck Penner Hui Uah Hui So Müssen wir aus dem ganzen Tumult hier mal raus Irgendwie Wir haben Besuch Mensch Komm schon Ich schaff das So Kommen wir hier hoch? Nö Aber da Da ist ein Bauplan So, was haben wir denn hier Schönes? Neuer Bauplan Wachkatze LCD-Monitor Und ein Fass LCD-Monitor Pass Und Kombiniert Großartig Äh, okay Wupsala Wollte ich gar nicht Wie setze ich die denn ein? Kann man das jemandem verraten? Hallo? Kann man das jemandem verraten? Nö, ne? Ist noch irgendwo ein tragisches Ende Irgendwo da Da Ne Eine Statue Okay Lass uns mal hier durch, bitte Ah, da kommen wir hoch Sehr schön Nimm mal den Kaffee hier Danke Ach, das haben wir ja auch noch Wo ist Diego? Da Diego Nimm mal irgendwas Nimm mal die Katze Nö, will er nicht Das? Das wird gehen Gefällt mir mal So Waren wir hier schon mal? Keine Ahnung Bestimmt, oder? Ja, ich glaube schon Hier ist irgendwo ein Bauplan Aber das ignorieren wir mal eben Wir wollen zur Hauptquest Kannst du auch schneller laufen? Ah Mit dem Ding nur Okay Da ist ein Auto Sehr schön Diego Bist du jetzt eingestiegen? Ja Meine Güte Mach mich nicht heiß Ich weiß ja nicht, Mann Ich würde manchmal echt alles dafür geben Zu wissen, woher dieses komische Tattoo kommt Weg! Penne! So Einmal hier durch Einmal hier durch Ganz geschmeidig durchschlängeln Keine Müdigkeit vortäuschen Einfach durch So Hier durch Denk ich mal Weg von meinem Magen Und dann mit diesen Dingern Ja, ja So Wir sind fast da So, bitte aussteigen Wir sind fast da So Oh Ihr seid das Du hast mich erschreckt Ich hab Angst, dass was Schreckliches reinkommt Noch schlimmer als das Schicker Luck Ich dachte, er wäre längst tot, Nick Und er ist auch stabil? Ja Ja, ihm geht's gut Glaube ich Leider haben wir ein Video erhalten Das den Tod der Präsidentin bestätigt General Hemlock hat angekündigt Das Kriegsrecht bis zur gesamten Ostküste auszudehnen Die Ansteckungsgefahr sei immer noch zu hoch Hemlock wird die Begrenzung von Los Perdidos Im Zuge der Rettungsoperation selbst besuchen Sie hat jetzt nicht ernsthaft das Flugzeug rosa gestrichen Doch Hat sie Oh Mann Muss das sein Denn diese Zeichnung von ihr schon ein bisschen selbstverliebt, oder? Ein bisschen So, sieh dich um während Ronda forscht Ja Und ich würde sagen, das reicht auch schon wieder für diese Folge Hat ein bisschen länger gedauert der Kampf, weil ich beim ersten Mal ein bisschen blöd angestellt habe Aber wir haben es ja noch hingekriegt Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen Und wir sehen uns das nächste Mal wieder Mit diesem pinken Flugzeug hier Beziehungsweise mit einem rosa farbenen Flugzeug Das ist wahrlich eine Augenweite Nicht So, nun aber bis zum nächsten Mal Und tschüss